Hallo zusammen, mein Name ist Joel. Ich bin im ersten Lehrgang als Maurer und mit diesem Video zeigen wir unsere Tätigkeiten. Die Firma Kurthi gibt es seit 150 Jahren. Zur Zeit sind wir über 100 Mitarbeiter. Ich habe mich für den Beruf Maurer entschieden, weil ich gerne im Team arbeite und es cool finde ich das körperliche Tätigkeit. Ausserdem arbeite ich gerne draussen. Es ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf. In der Maurerlehre macht man hauptsächlich Maurer. Nebenbei macht man auch noch Schalen, Fretonieren und kleine Arbeiten. Die wichtigste Voraussetzung, die man mitnehmen muss, ist die Teamfähigkeit, gerne im Freien arbeiten, körperlich fit sein und ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Jetzt haben wir ein kleines Eiblich gehabt von unserem Beruf. Bewertet euch jetzt bei der Kurthi AG. Wir freuen uns auf euch. Achtung. 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 Vielen Dank.